Acer wird mit dem Aspire One 521 in Kürze ein 10-Zoll-Netbook einführen, das nicht auf der Intel Atom, sondern auf einer innovativen AMD-Plattform basieren wird. Hier kommen neue AMD-Prozessoren zum Einsatz, die in Kombination mit einem RT-Mobility-Radeon-Grafik-Chip der 4200-Serie eine im 10-Zoll-Netbook-Segment noch nie dagewesene Multimedia- und Grafik-Performance erreichen werden. Zudem sind die Acer Aspire One 521-Netbooks Full-HD-video-fähig. Der Standteil des neuen Acer Design-Konzepts ist es, mit einem Minimum an Beschriftungen und Aufklebern auszukommen, wodurch die ganze Schönheit des Netbooks zur Geltung kommt. Hierdurch wirken die Geräte der Acer Aspire One 521-Serie puristisch, erfüllen aber dennoch den Wunsch des Endkunden nach mehr Individualität. So werden zwei verschiedene Farbvarianten angeboten. Die erste Variante des Aspire One 521 im Farbton Pantera besitzt ein glänzend schwarzes A-Cover mit trendigem Muster. Die Variante im Farbton Tigris kombiniert eben dieses Muster mit einer edlen Platin-Bronze-Metallik-Lackierung.